es ist ja null bauen ne hier 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 boah den habe ich im sprung habe ich gekriegt das ist geil recht genau noch welche das kommt in die heile vom september kommt mit ihnen kommt jemand zu mir nächstes oktober so da habe ich noch einen erledigt ich bin tot was wir diesen kurzen spieler wenn es sich auch keine nacken da hinten ja wohl ich habe eine verbrannte zusätzlich eine verbrannte habe ich ja 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 da ist aber noch ein ja da kommt schnell heilen wie kann man denn so sein wie kann man dann einfach vorbeilaufen alter werden schon wieder 23 kälte gegen den internet nicht wir haben dort schon fast gedacht wir müssen zune wenn wir back to back über 20 kälte es ist sogar kein ganzes team mehr sondern dann da habe ich aber wer ist kein ein wort zwei duos wir wollen sie die holen wie sie wollten wir schaffen so dass wir noch mal die letzte runde okay dann geht es in pipa dann dann begebe ich mich ins casino ja das nächste casino spiel steht ja auch schon bald nächstes jahr an diablo 4 aber ist das wirklich so schlimm wie fifa naja wenn man von diablo immortal ausgeht dann wahrscheinlich ja immortal soll ja auch nicht ganz ohne sein ja jetzt haben sich jetzt auch die leute beschwert dass äh slots auf twitch äh verboten sind jetzt aber fifa packs ich ich schaue die müssen jetzt hier jetzt noch nicht die müssen ja zu uns kommen ah hier unten ist ich ein oh bei mir ich ich schaue den ein dann hast du dann ist ich guck mal wie sonst auch irgendwo was zu sehen ist hab ein ich kann mir zu dir aber auch zwei super jetzt nur noch einer wo der sich versteckt hat ja der ist er in der nähe von max block blocken er ist geploppt auf dem wasser in aßen kraft geholt draufhalten da auf den jungen wo sind wir er hat doch keine chance kann man denn so seiten wie kann man denn die ganze zeit abhauen ja das ist der einzige möglichkeit ja sich ausrechnet ja und teammitglied geschützt mein sechster sieg episch hallo mc rossi fan perfekt so läuft das doch richtig verzahlen warum sehe ich da mein körper war hallo oh shit was ist das denn hier spring doch ach verdammt was hier los lag schuhe ich bin runter geslidelt ich bin auch nicht runter gefallen aber ich habe es geschafft nein not even close i guess oh mein gott das hat mir so was von gerettet ich will ich will einfach die ich will einfach respond ist es nix passiert ja saug mich ein voll gegen die stäbe ich habe es schon geschafft herr marcus du bist vor mir was der letzte tja letzten werden die ersten sein kennst du doch ich merke schon ich merke schon ey neee was muss denn hier machen ich muss da durch durch hä wie soll das denn gehen wie soll das denn gehen wie geh oder was machst du denn ja mensch ich kann das spiel nicht schlimmer als heute ich kann dieses nette nicht vorteil des eifers folges offiziell bestätigt und das bestätigt und unabhängigen ganz bestätigt oh wow ich glaube so oder hä die hängt ja voll fest ich glaube so die die zeit abgelaufen ist zeit abgelaufen ist geil guck mal genau im muster genau im muster alter du an ist einfach vorne das ist unfair ich komme hier nicht durch wird einfach besser halt im mund wird einfach besser sein alle besser werden könnte irgendwann mal so gut sein wie ich sagt der der hinter mir ist ich bin dritte ich weiß gar nicht ich weiß gar nicht ich bin so scheiße ich bin so scheiße mann oh mein Gott weil das ist ja so schwer ich glaube ich werde gleich wieder überholt oder so äh was denn das für ne scheiße Die springt hier durch wie so ein Reh. Was? Ich muss hier noch... Wer ist eigentlich vor mir gewesen, gerade im Blau? Ich darf ich. Ja. Noch überfüllt. Nur Glück. Zwei Runden? Ja. Die wollen mich da rumbringen. Achso, ich habe dich überrundet. Jetzt verstehe ich einfach, warum du vor mir warst. Ich brauche noch eine zweite Runde. Ach du Heidi. Bist du einfach mal die Richtung gelaufen oder was? Nein. Das schaffst du gar nicht mehr, Lara. Du bist komplett letzte. Du bist aller allerletzte. Du bist sogar die letzte von den letzten. Oh Gott. Was machst du denn da? Du sollst nicht breakdancen, du sollst ins Ziel gehen. Aber das sieht echt aus wie Breakdance. Nein. Dumme Hals. Scheiße. Alle wieder geschafft auf der Lara. War ja klar. Heute Morgen ist... Ihr habt ja fest. Ihr habt ja fest. Ihr habt ja fest. Ihr habt ja fest. Alles. Und vieles, vieles mehr. Geht auf den Link in der Videobeschreibung. Und holt euch eure Produkte. Hier gibt es jede Menge. Schaut es euch an und kauft fleißig ein. MC Rossi Shop. Alles, was ihr braucht. Die Böden. Das können dann die Sache schon ein bisschen komplexer machen. Die Böden. Die Böden. Die Böden. Die Böden. Oder die Böden. Rüberspringen geht ja auch noch. Na, ich glaube es könnte teilweise eng werden. Über eine Lücke kommt man ja. Zwei ist unmöglich. Zwei ist unmöglich. Oh oh. Hm. Muss er jetzt sehen wo er bleibt. Na, ich glaube das bleibt jetzt so. Vorüber gehen wäre vielleicht schlau. Da bist du nämlich fast alleine. Na, ich glaube es packst. Oh, siehst du? Knapp, knapp, knapp am gescheitert vorbei. Nicht, dass er gegrieft wird. Wird festgehalten. Oh, den hat er runtergeleitet. Oh oh. Na, es geht noch. Oh. Das war schon, oh oh oh. Mit Geschubse. Oh ja. Spannend, spannend. Oh. Oh. Na, ist er weg. Oh ja. Ist er weg. Der wurde da weggesnackt. Let's go. Let's go. Uh oh. 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 Hehehehe. Oh. 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 Oh 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 oh. 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 Das war's für heute. 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 Schade. Das war's für heute. 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 Das sollte doch nicht die Butter vom Brot nehmen. Ach, ich würd das nicht. Einmal gehittet. Schafft ihr los! Das schaffen wir locker. Ja, wenn das kein Gordon ist, schafft ihr das. Jaaa, super! Episch! Geil! Ich sag doch, es muss was. Easy Win! Soll ich mal keine Komforte reinmachen? Marc denkt sich so, jupp, alles wieder gerettet. Genau so. Willst ihr mich verarschen? Du, ihr Kleinen. Das waren Bananen. Ist echt so schlecht. Nein, Marc hat's geschafft, eine Karte zu retten. Und zwar meine. Das heißt, wir sind keine Loser. Genau. Ich bin kein Loser. Ich hab ne Karte gerettet. Ihr seid die Verlierer der Herzen. Ich hab immer reinkommen. Ich hab nicht mehr zu retten. Oh ja, nein... Aber es ist der Sprit aller... Spritpreise zu teuer oder warum nicht getankt? Herrlich, herrlich. Lass doch da Spaß heute. Ja. Ich sag Kunder Polar hat keinen Bock mehr auf uns. Bitte sei von dem Auto der Sprit alle. Bitte. Bitte. Nein. Ich hätt so gelacht. Ja, dann hol ich euch auch nicht mehr wieder. Aber mich bitte wieder auch holen. Ja. Dann mach ich kurz die Karten aussortieren. Kann man nicht. Nee, die lebe ich nicht wieder. Dich belebe ich nicht wieder. Ah, da ist die Karte von Rossi. Die nehm ich wieder. Oh, verdammt. Da kommt noch einer. Der reklamiert das Abteil. Also, ich glaub, der ist jetzt tot. Nein, nein, nicht ganz. Jetzt. Ja, jetzt aber. Ah, ja. Lara, du Mörderling. Das hat er nicht gehabt. Na, kommt da der Nächste. Kommt da der Nächste. Kommt der Nächste. Sie wollen nicht, dass man sie bootet. Und da ist noch einer. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Die haben uns getötet. Das heißt Banane. Ich hab euch halt nicht viel gegessen. Ich hab euch halt nicht gegessen. Ich hab euch gegessen. Nehmen wir da auch noch einer gewesen. Jetzt macht ihr noch ihr Sprottprogramm noch dabei. gegner ja 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 ich hab dir sagt ja kann man sogar diese lager ich habe die kontrolle das einzigste was du noch lernen muss das auto fahren und das tanken